Hey, bist du es, Primrose? Oh, nein, Primrose ist verschwunden. Puff! Flatterscheib. Du bist es, Primrose. Ja, ich bin's, aber ich kann nicht zur Aufführung. Warum? Warum denn? Stimmt etwas nicht? Ja, also, ich habe nichts Hübsches zum Anziehen. Daran liegt's? Ich finde etwas Passendes für dich. Was würdest du für mich tun? Ich brauche drei Teile. Drei? So gut wie erledigt. Wir machen auch wirklich alles für die, ne? Die sind alle unselbstständig. Aber kann es sein, dass sie so ein bisschen emo-like ist? Ich frag nur. Kann ja sein. Eventuell. Okay, sie braucht drei Teile. Dafür wirst du so viele Komplimente einheimsen. Showkeeper. Shopkeeper. Ach, was labbel ich da. Kleidungsstücke für den Ponywalk? Kommen sofort. So, und jetzt bestimmt hier vorne noch irgendwas, weil irgendwo... Vor allem da steht Zeus, Z-Highlights. What? Kostüme für den Maritime-Buchttag. Kleide dich stylisch und leuchte. Ja, ja, leuchte, leuchte heute. Ich könnte auch einfach die ganze Zeit dem Schmetterling hinterher rasen. Aber das wäre ja auf die Dauer gesehen langweilig. Okay, wo ist das nächste Geschäft? Ah, klar, er hat ja... Für Pips Aufführung. Ein sehr besonderes Teil. Da steht Pony. Ich hab alles zusammen. Es wird Zeit, Primrose die Kleidung zu bringen. Okay, das eine sieht so ein bisschen aus, wie die Z-Highlights, so Telekom. Zeus, äh, keine Ahnung. Pony, das ist Sony. Zeus. Könnte das vielleicht Zeiss im Original sein? Don't know. Oh, hast du alles? Ja. Jetzt kannst du bei der Aufführung auftreten. Aber wir mussten nichts bezahlen und nichts tauschen. Ich kann nicht. Nein, ich kann einfach nicht. Primrose? Warum nicht? Na, was, wenn er sie nicht mag? Er? Wen meinst du? Hitch! Wen denn sonst? Er ist so lieb zu allen Ponys. Er ist so umsichtig einfach. Er selbst. Sie ist verknallt. Aber Hitch interessiert sich nicht so sehr für Mode. Tut er nicht? Nichts. Bist du dir sicher? Ja. Ja, der hütet lieber Kaninchen und so. Ich dachte, ich könnte ihn beeindrucken, wenn ich mich beim Ponywalk von meiner besten Seite zeige. Aber ich bin so schüchtern. Warum? Das solltest du nicht. Du bist perfekt, so wie du bist. Genau. Bin ich? Ja. Bin ich? Du weißt nur, du selbst zu sein. Geh mal zu ihm und sag einfach Hallo. Hallo. Ich weiß nicht. Es würde mir leichter fallen. Wenn ich einen Vorwand hätte, mit ihm zu reden. Rede mal, Kaninchen. Das wäre, wenn du zufällig ein Smoothie übrig hättest. Das wäre wohl ein guter Vorwand. Er liebt Smoothies mit Kürbisgeschmack. Kannst du mir so einen besorgen? Kann die Frau was alleine? Ich bin der Smoothie-Lieferant. Aber mein Smoothie-Wagen ist in der Werkstatt. Wo bekomme ich jetzt ein Smoothie her? In drei Metern oder so ist ein Smoothie-Stand. Guten Tag. Die Kühlbox meines Smoothie-Wagens ist kaputt. Kannst du mir ein paar Smoothies geben? Du bekommst noch was dafür. Oh, natürlich, Sunny. Kein Problem. Was brauchst du? Kürbis. Großartig. Zwei Smoothies mit Kürbisgeschmack, bitte. Oh nein. Die bekomme ich nicht hin. Ich habe keine Kürbiscreme mehr. Bring mir ein paar Kürbisse und ich bereite welche zu. Die kriegen hier nichts alleine hin, die ganzen Leute. Man muss für die alles machen. Da oben ist ein Kürbis. Die Ponys hier sind aufgeschmissen, wenn Sunny nicht da wäre. Ich wäre schon längst abgehauen und hätte gesagt, macht euch einen Scheiß alleine. Ich bin doch nicht das Dienstmädchen. Schrägstrich Pony. Zehn, zwei. Ach, hier haben wir die Paparazzi und das Instagram-Model. Okay, hier ist sonst keiner. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Irgendwo hier muss ja ein Kürbis sein. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Ich suche einen Kürbis. Okay, da sind immer noch die Hoppelhasen. Ne, da oben war keiner. Auf der Suche nach den Kürbissen. Kürbisse, Kürbissen. Was ist die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Hier ist noch einer. Perfekt. Nur noch eins. Ja, nur noch Uno. 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 Ich bin doch nicht fertig. Weiß ich. Uno. 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 Er hämmert auch schon die ganze... Oh, sie hämmert auch schon die ganze Zeit da auf eine Stelle. Ah ja, hat den Helm immer noch auf. Cool. Ich finde das cool, dass die dann... Ich hab alle Kürbisse. Jetzt auf zum Smoothie-Händler. Bitteschön. Ein Kürbis-Geschmack kommt sofort. Zwei. Wir brauchen zwei. Herzlichen Dank. Sind doch bloß Smoothies. Hab ich gern gemacht. Ne, mach sonst nichts zu tun. Nein. Herzlichen Dank, dass du mich ermutigst, ich selbst zu sein. So bist du immer die beste Version von dir. Und vergiss nicht, er liebt Kaninchen. Kaninchen, ja. Kannst du Pip diese Kleidungsstücke bringen? Sie hat dafür sicher bessere Verwendung. Kein Problem. Sie kennt sich mit Mode aus. Ja, sie ist definitiv Rarity. B-b-b-b-b-b-b. Haben wir... Ja, spiel schön. Haben wir jetzt schon die Hälfte? Spielen. Nein. Aber ein Drittel. Wir haben einfach mal schon das ein Drittel des Spiels durch. Kleidungsstücke? Aber ich brauche eine Tänzerin für die Aufführung. Und jetzt soll ich eine Tänzerin für dich finden. Stimmst du? Ja. Nein? Die perfekte Tänzerin steht direkt vor mir. Oh oh. Ich... 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 Tag-Ausgabe. Als erstes müssen wir uns fein anziehen. Such dir im Menü das tollste Outfit aus. Naja, wir... ... diesen Knopf, um es anzuziehen. Drücke auf diese Knöpfe oder bewege dich seitwärts, um die anderen Accessoires zu sehen. Yeah. Drücke auf diesen Knopf, wenn du bereit bist zu leuchten. Oh nein. Naja, wir nehmen hier so... Wir nehmen einfach so eine krasse, coole Mütze. Halt die Tasche, lassen wir mal weg. Ich will kennen die Flügel, aber... Boah, müssen wir das alles, äh... Freischalten? Das wäre heavy. Ja, weiter. Hey, was geht ab? Hey, hallo. Sehr schön, sehr schön. Da juckt mir langsam der Kopf. Ich finde das Spiel trotzdem toll. Ist sehr entspannend. Und man lernt mal die neue Generation von My Little Pony kennen. Eins. Go. Drei. Zwei. Eins. Oh, muss ich jetzt Tasten drücken? Ich hab's geahnt. Verwendet die dicke Taste nach dem Takt. Ja gut, ich hab die Hintergrundmucke aus, also... Ja, annehmen. Booyashaka. Ui. Ui. Ich weiß nicht, ob die Musik nicht nachher gekopyrightet ist. Und deswegen lasse ich das lieber. Aber wir gehen hier gerade voll tierisch ab, glaube ich. Ich muss mich auf die Tasten mehr konzentrieren. Warte, wir gehen ja hier voll ab. Nein! Nein! Verdammig! Ich weiß nicht, müssen wir genau in die Mitte. Gibt es sieben Punkte? Das ist das blöde, wenn ich da oben auf die Punkte gucke, dann kann ich mich unten nicht Concentration machen. Zumindest legen wir gerade tierisch... Harten Dance on the Dancefloor. Das Pony kann besser tanzen als ich. Ich kann überhaupt nicht tanzen! Kann mir einer mal in den Kommentaren erklären, wie man richtig tanzt? Oder überhaupt generell tanzen? Weil ich nix habe, Ahnung. Ein bisschen rumhampeln, das kriege ich noch hin. Ach, ich mache hier einfach eigene Mucke rein. Wenn ihr Mucke hört, dann ist das die, die ich gerade einfach selber irgendwie in den Hintergrund reingezwiebelt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir insgesamt 1000 erreichen müssen für die höchste Wertung. Okay, wir haben 1000. Wie lang geht diese Tanzsequenz? Aber die Minispiele bocken. Doch, die kann man im Menü aber auch nochmal anwählen. Bäm! 1180! Alter, wir brauchten nur 975. Freigegeben! Yeah! Aloha, sage ich mal dazu. Ich finde das Spiel toll. Gut, ich bin immer leicht zu begeistern, weil Spielern geht die Spiele sowieso alles kreuzquer. Also von daher, ob Horrorgame oder kinderfreundliches Adventure, ich spiele alles. Hauptsache, es bockt. Hey, Sunny, tolle Moves! I've got the Moves! Ich hätte nicht gedacht, dass sowas in dir steckt. Ich genauso wenig. Du bist eine gute Tanzlehrerin. Als Zeichen der Wertschätzung bekommst du das! Das Abzeichen des Maritime-Buchtags! Juhu, wir können in den Park! ... und die Kaninchen hüten. Der Maritime-Buchtag gefällt mir immer besser. Oh ja! Suche nach Magie-Spiegeln! Nutze sie mit diesem Knopf, um dich für jede Gelegenheit anzuziehen! Aha! 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 Das heißt, wir können uns jetzt umziehen! Buja-Kazala! Ich möchte eine Mütze, weil es ist kalt. Gesicht? Ne, diese Atzenbrille will ich nicht zwingend haben. Was ist das? Ja, ein Schal! Ja, dann ist es kalt und deswegen kommt das jetzt hier weg und irgendwie... Ich finde cool, dass wir so unser Aussehen auch verändern. Na egal. Ich speichere jetzt einmal kurz ab und dann geht's weiter. So, da sind wir wieder mit unserer... äh, mit unserem Halstüchlein und unserer tollen Mütze und... Ja, wir können jetzt in den Stadtpark. Können wir jetzt rein? Es tut mir leid, Sunny, aber ohne das Abzeichen der Maritime-Bucht darfst du nicht in den Park. Der Hirtenwettbewerb wird sehr ernst genommen und ist offiziell. Finde einen magischen Spiegel und lege das Abzeichen an. Äh, ist ja gut. Und wo soll das ab... So. So, wir haben's. Kann ich jetzt rein? Sieh dich an! Ja! Das ist Abzeichen der Maritime-Bucht. Sag sowas! Du siehst aus, als wärst du bereit fürs Kaninchen hüten, oder? Ja! Gehen wir zum Stadtpark! Ja! Irgendwas ist da doch faul im Start, Ponyville! Wollte ich mal so gesagt haben. Und nicht zu vergessen, das Spiel ist immer noch von Outright Games, sprich OG Games, sprich dieses Spiel ist für wahre OGs. Ich möchte jetzt aber ganz gerne meinen, äh, Schal wiederhaben. Ich mag es nicht, mit einer Medaille herumzulaufen. Da spricht mich sowieso niemand im Spiel drauf an. Also von daher können wir auch unser Schälchen wieder nehmen. So. Na, ihr beiden Tuteltäuben? Ja, Kaninchen sagen manchmal die witzigsten Sachen. Ja! Willst du mir nicht alles über Kaninchen erzählen, Sheriff Hitch? Ja, klar. Und du kannst mich Hitch nennen. Okay, Hitch, hmm. Wie süß. Wie süß.